Sagen Sie mir eins, wieso brach das Feuer genau zu dem Zeitpunkt aus, als der General und Pater Giulio sich in der Villa trafen? Das wird Zufall gewesen sein. Ein präziser Zufall. Ich könnte mir denken, ich meine, ich weiß es nicht genau, dass die SS-Führung nicht gänzlich uninformiert darüber war, dass die Wehrmacht mit den Partisanen zu einem bequemen Abschluss kommen wollte. Bequemer Abschluss? Wie hübsch Sie das formulieren. Aber woher wusste die SS das alles? Woher? Sie wollen es nicht sagen. Warum eigentlich nicht? Ja, vielleicht gab es da Informationen, dass gewisse Herren die Absicht hatten, sich in der Villa Persepola zu treffen. Am 21. April? Gegen sieben Uhr abends. Exakt. Herr Frey, die Informationen von Maria Contani waren immer exakt. Meine Damen und Herren, dies war ein authentischer Fall. Er hat sich allerdings vor genau 2298 Jahren abgespielt. In etwa abgespielt. Denn natürlich mussten die Fakten für unser Spiel ins Moderne übersetzt werden. Es ist ein wunderbares Buch. cientism. Vielen Dank.